Hahahaha, geht's gut, gell? Jetzt geht's nicht mehr weiter. Endstation. Endstation. Aber die Kinder kommen auf diese Idee, da zu fahren. Unglaublich. Ich habe noch nie da jetzt gefahren. Nein, echt noch nie. Aber ich meine, sie sind selber draufgekommen auf die Idee. Aber gefährlich, gefährlich, gefährlich. Okay. Passt schon, Sebastian. So, jetzt ist der Radl. Man springt stehen und sieht aus. Das lädt so erst wohl. Ja, ja. Ich werde da helfen. Ich werde da helfen. Ich werde da helfen. Ich werde da helfen. Warte. Danke. Bitte, Sebastian. Super gemacht. Ja, ja. Aber der Graub neben dem Radweg verleitet halt zu vielen Aktionen. Ja. 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 Ja.